Ah, er kämpft gegen die Mafia. Ich hab dich wie einen Bauern beim Schlacht benutzt. Jetzt wehr dich nicht länger und diene deinem Anführer. Deine Aliens gehören nicht hierher. Meine schöne Gemälde. Das Signal kommt näher. Sag mal, was ist das auf deiner Pizza? Ist der neue exotische Fruchtnamen der Ananas. Mamma mia. Hier wurde auch kein Kontakt hergestellt. Bleibt nur noch eine Möglichkeit. Halt still, damit ich dich bezwingen kann. Forever Nice benutzt euch nur. Hör nicht auf sie, Kevin. Sie will dich nur durcheinander bringen. Bleib sofort stehen. So läuft das hier also. Du wirfst meine Familie den Wölfen zum Fraß vor, wenn es dir nützt. Jetzt mach mal halblang, Opa. Los, fahr rechts ran. Hey, Pfoten weg. Wenn uns Forever Nice springen wieder. Äh, Phil, bist du sicher, dass das klappt? Meine Eltern würden mich nie in eine Alien-Antenne installieren lassen. Ich hab meinen Weiß gemacht, es wäre ein Baumhaus. Wir kommen genau richtig. Endlich ändert sich die Zeit-Ebene der Erde zu meinen Gunsten. Träumt weiter. Mir gefällt die Erde, wie sie ist. Mir reicht's jetzt. Und mir erst. Max, hilf mir! Bleib stehen, alter Mann! Das ist das Einzige, was ich gut kann. Ich werde nicht verlieren. Äh, Vin, ich hab da mal ne Frage. Dann schieß mal los, Opa Tennyson. Wieso hast du die Forever Nice angeschlossen? Du bist doch eigentlich ein netter Kerl, obwohl du ein Verbrecher bist. Äh, seit mein Sohn erwachsen und ein schicker Anwalt geworden ist, bin ich etwas einsam. Äh, diese Sache hier kommt deiner Familie noch am nächsten. Du bist jederzeit in der Tennyson-Familie willkommen. Danke. Das klingt ja wirklich richtig gut. Ich werde dich auslöschen, Gwen Tennyson! Unter uns. Ich könnte manchmal etwas Unterstützung gebrauchen. Ja, Ben ist ein Chaot. Äh, ah! Nicht zu fassen, dass du mich arbeiten lässt. Sobald ich dich erledigt hab, wird Forever Night mich dem blöden Ben Tennyson vorziehen. Äh, das kann nicht sein. Jetzt muss ich noch mehr arbeiten. Äh, Simon, ich benötige deine Dienste. Ich zeig dir etwas, das man nur mit Geld kaufen kann. Nur eine Million? Ha, kein echtes Schnäppchen. Mal sehen, wie gefällt dir das? Was hast du mit meinem Roboter gemacht? Stell dich nicht so an. Wenn du den Hausmeister erledigst, bist du mein bester Freund. Wow! Ist das dein Ernst? Hey, hey, hey! Simon, warte! Ich bin doch gerade erst in Rente gegangen. Oh! Apfelsaft! Ja, gleich wird es grün. Wie Geldscheine. Huhu, Simon! Ich hab hier ein Geschenk für dich. Saft! Ich liebe Saft! Simon, was soll das? Ich bin dein bester Freund. Das bedeutet, du musst das machen, was ich sage! Hast du denn Saft? Nein, kann ich aber kaufen. Ich will sofort Saft! Ah! Was ist denn? Kevin, los, gib ihr den Rest! Warum? Eigentlich sollten wir nur alle anderen vom Portal fernhalten. Du weichei! Ich werde dir jetzt mal zeigen, wie man das macht. Reden wir doch drüber! Dieses Mal redest du dich nicht heraus, Gwen! Hör auf! Leb wohl, Gwen! Was? Was soll das? Deswegen wirst du niemals Forever Nights rechte Hand werden! Ich regle das auf meine Art. Wenn jemand Gwen erledigt, dann bin ich das! Du hast mich gerettet, danke! Schon gut, ich bin ja kein Monster. Dann hinderst du mich auch nicht dran, rauszufinden, was Ben so treibt. Dein Cousin hat die Seite gewechselt. Das ist es, was er treibt. Wir reden hier von Ben. Oh ja, Ben ist viel zu gutmütig für einen Bösewicht. Dann bis später. Warte, ich komm mit. Ich hab noch ne Rechnung mit ihm offen. Ich kann machen, was ich will. Nichts funktioniert. Ich kann machen, was ich will. Nichts funktioniert. Ich bin mouvest. Ich kann